Hallo zusammen und heute mal viele Grüße aus Shanghai, absolutes Highlight in unserer Reihe des Videopodcasts vom Hirschfeld, beziehungsweise vom Platzhirsch. Diese Ausgabe dreht sich ein wenig um diese absolute Boomtown hier in China. Was ist vielleicht ganz wichtig, wenn man eine Reise oder ein Meeting oder ein Incentive hierher plant? Als allererstes, ihr braucht ein Visum. Man kann also nicht wie einfach in den EU-Staaten einreisen und glücklich sein, sondern muss hier ein wenig langfristiger die Geschichte planen. Zweiter Punkt, wenn ihr ein Hotel aussucht oder euch eins von uns empfehlen lasst, im besten Falle, suchen wir nur Hotels aus, die einmal gut gelegen sind und zwar direkt hier, wie ihr sehen könnt, an The Band. Das ist genau dieses Viertel mit diesem super Blick auf die Skyline. Und zum Zweiten, das Hotel sollte nicht älter als fünf Jahre alt sein. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man eine Reise nach Shanghai plant. Hotels, die älter als fünf Jahre sind, sind oftmals ganz schön abgerockt. Also Augen auf bei der Hotelwahl. Nächster Punkt, was ist noch wichtig? Edmund Stoiber hat ja lange darüber gequatscht, wie kann man einen Schnellzug von München City zum Airport bauen. In China sind sie da schneller, da wurde das Ding einfach hingebastelt. Wir haben einen super Transfer mit dem Transrapid. Ganz kurz muss ich jetzt überlegen. In weniger als sieben Minuten fährt der Transrapid vom Flughafen in die City. Das heißt, das Teil fährt teilweise über 430 kmh. Absolut irre. Ich habe es heute Morgen selbst gemacht, ich habe es selbst ausprobiert. Absolutes Highlight, wenn man sich vorstellt. Das ist der Auftakt, man landet in Shanghai und düst mit dem Transrapid direkt in die City. Irre. Absolut irre. Nächste, was kann ich empfehlen? Zum Auftakt einer Veranstaltung braucht ihr unbedingt nochmal diesen Blick. Wo bekommt ihr den am besten mit eurer Gruppe? Kleiner Schwenk. Genau da oben. Das ist das Hyatt Hotel, direkt hier an The Band, hat im 32. Stock eine super exklusive Bar, wenn ihr noch einen besseren Blick habt, als wie es gerade hinter mir ist. Was ist noch wichtig zu wissen? Es gibt in Shanghai eine Menge, eine Riesenauswahl an super Restaurants. Achte darauf, dass diese Restaurants eine schöne Terrasse haben, mit einem tollen Blick. Weil das ist ein super Einstieg in seinen Abend und im Idealfall noch genau da, wo ich mich gerade befinde. In Kathleen's Restaurant. Tolle Adresse, super Essen. Sushi kann ich empfehlen zur Vorspeise. Ein absoluter Traum. Was ist noch zu empfehlen? Ich sehe es gerade hinter mir, fährt ein kleines Schiff lang. Eine Boat Tour. Absoluter Hip. Allerdings nehmt nicht dieses Boot, weil das ist eine Touristenfalle. Es gibt wunderbare Schiffe, die auch ein super Catering haben, wo bis zu 200 Leute gut feiern können. Also Boat Tour. Absoluter Tipp. Diese und noch eine Million andere Tipps kann ich euch gerne geben. Dazu schreibt mir einfach eine E-Mail, ruft mich an und lasst uns einen Termin ausmachen und ich erzähle euch alles, was man wissen muss über Shanghai. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Genießt nochmal diesen Aussicht. Ich schwenke nochmal rüber und sage Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Euer Sascha Heide. Dieses Mal aus Shanghai. Und denkt dran, nicht das Boot. Bye-bye. Ciao, ciao.